Und auch das Reaktorunglück in Tschernobyl im Jahr 1986 hat vielen Menschen das Zuhause genommen. Und heute noch leiden Kinder, die damals noch gar nicht geboren waren, an den Folgen dieser Katastrophe. Im Sommer waren in Hallwang zwölf Kinder aus der Ost-Ig-Ukraine zur Erholung zu Gast. Sie leben sonst in einem Heim unter extrem schlechten Bedingungen. Der Hallwanger Erik Bilitsch will weiterhin helfen, hat die Kinder in dem Heim besucht und einen Film mitgebracht. Hannelore Hopfer zeigt nun erste Aufnahmen, die unter anderem von den Kindern selbst gedreht worden sind. Die zweite Welt, das ist der Titel des Films, den Erik Bilitschers Rubisch Neue mitgebracht hat und der morgen Abend im Gemeindeamt Hallwang vorgeführt wird. Ein Film, der zeigt, warum Hilfe hier so nötig ist. Die Matratzen sind nur vier Zentimeter dick, 30 Jahre alt und wegen der undichten Fenster ist es im Schlafsaal eiskalt. Da geht es um die Wärme, da geht es natürlich auch um die Körperhaltung. Das erzeugt dann Folgeschäden. Das sind alles Kaskadeneffekte, die sich da durchziehen. Und weil wir dann den richtigen Stellen, glaube ich, ansetzen, können wir viel erreichen für die Kinder. Neue Duschräume, Dach, Fensterausstattung in den Werkstätten und vor allem Medikamente stehen auf der Dringlichkeitsliste ganz oben. Deshalb hat Erik Bilitsch das Heim mit einer Hausapotheke ausgestattet und ein 2500 Euro Depot hinterlassen. Es war eben so früher vor der EM, dass für ein Kind pro Jahr 8 Euro zur Verfügung war, für einfach die gesamte Versorgung für ein Jahr. Und aufgrund der EM wurde dieses Budget gekürzt und jetzt ist nur mehr 1 Euro übrig. Also nichts. Bei ihrem Besuch in Hallwang im Sommer wurden die medizinischen Probleme der Kinder erst auf den zweiten Blick sichtbar. Tschernobyl-Aids schwächt das Immunsystem und die Auswirkungen einer 650 Hektar großen Chemiefabrik in Rubischneue waren auch für Erik Bilitsch fühlbar. Es ist ein ätzender Gestank in der Luft. Der Staub ist überall. Im Film können die Hallwanger morgen sehen, was mit den Spendengeldern passiert. Und sie sehen die neunjährige Vira, die nicht erblinden muss, weil sie im kommenden Sommer gemeinsam mit Freunden zu einer kostenlosen Augenoperation nach Hallwang zurückkehren kann.